Was unser Programm in diesem Jahr angeht, haben wir, anders als in den letzten Jahren, einen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist Vielfalt in der Einheit. Die Frage, warum das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat die Regionalbuchtage fördert, kann man ganz einfach beantworten, weil Regionalbuchtage das wiedergeben, was uns sehr am Herzen liegt, nämlich das künstlerische Schaffen von Menschen in einem kleineren Raum, in einem Dorf, in einer Stadt oder in einer Region. Menschen leben und definieren sich immer in kleinen Räumen und wenn sie das literarisch zum Ausdruck bringen, dann vermitteln sie ein Lebensgefühl, das wir politisch fördern wollen. Mein Name ist Berthold Röth, ich bin einer der Sprecher der IG Regionalia im Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Leiter des Worms Verlages. Der Autor des folgenden Beitrags ist Geralf Pochop. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Hallo, mein Name ist Geralf Pochop. Ich bin Autor des Buches Untergrundfahrt Strategie, Punk in der DDR zwischen Rebellion und Repression. Ich freue mich ganz doll, dass ich hier nach Worms eingeladen wurde, um diese Lesung zu halten. 30 Jahre Einheit durch Vielfalt, 30 Jahre erlebte Einheit und gelebte Einheit auch hier im Sauerland. Willkommen hier in der Kulturbühne und in der Eventlocation Hubbles in Schmallenberg. Herzlich willkommen hier zu einem wunderbaren Abend mit tollen Gästen, vor allen Dingen auch mit tollen Geschichten, die heute Abend gelesen und auch erzählt werden. Die Regionalbuchtage haben für uns als Verlag eine ziemlich große Bedeutung, weil es eben eine deutschlandweite Präsenz gibt und die Titel, also die einzelnen Titel, dadurch eine Aufmerksamkeit bekommen, die man als einzelner Verlag wirklich nicht stemmen könnte. Von den Regionalbuchtagen war mein persönliches Highlight eine Aktion des Peter-Meyer-Verlags und zwar ging es da mit Kirsten Wagner auf eine Wanderung im Harz. Hallo, ich bin Kirsten und ich nehme euch heute mit auf eine Wanderung am grünen Band und an der ehemaligen deutschen Grenze. Wir freuen uns jedes Jahr wieder, dass sich so viele bewerben für das schönste Regionalbuch. In diesem Jahr, genau wie in den letzten Jahren, waren es wieder weit über 100 Teilnehmer. Unser Projektteam, das sich in den Tagen davor sehr kurzfristig zusammengefunden hat, begibt sich auf den Weg von Leipzig nach Erfurt. Anlass ist, Filmmaterial für einen Beitrag zum Buch Die Bodenständigen – Erkundungen aus der nüchternen Mitte der Gesellschaft zu sammeln. Nachdem wir den Preis für das schönste Regionalbuch 2020 für die Bodenständigen von Barbara Theriot entgegengenommen haben, war halt sehr schnell ein großes Presseecho da und auch die Bestellungen stiegen sehr stark an. Dieses Jahr haben Tag der Regionen und die Regionalbuchstage in mehreren Ebenen kooperiert. Wir haben uns gegenseitig auf den Webseiten genannt, in den Newslettern voneinander beschrieben und ganz besonders haben wir dieses Jahr geändert, dass die Aktionen direkt auf unserer Plattform eingetragen werden konnten. Regionen inspirieren die Literatur und Literatur inspiriert Regionen. Und dass beides zusammenzubringen beim Tag der Regionen ist für uns eine wunderschöne Bereicherung.